Meine Arbeitsart und Weise, wie ich heute als Personaler arbeite, mit einem System komplett auf den Kopf gestellt ist. HVS4 ist wirklich bei jedem ein Thema und was ich vorher nicht gedacht habe, ist, dass viele darüber nachdenken, die Private Cloud Edition von der SAP zu wechseln ist. HVS4 ist eher eine Reanimation des HR-Systems auf bestimmte Zeit. Komm mit einem Bein schon mal in unsere Cloud, mit deinem HR-System. Mit dem zweiten Bein stehst du bei SuccessFactors. Das ist momentan der beste Status-Pro, den wir erreichen können. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT-Podcast der MainSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über HVS4. Was bringt es, was ist die Entwicklung von HVS4 und was hat das mit HCM auch zu tun? Ist es die Zukunft von SAP HCM? Und ich habe mit mir dabei Alexander Graf. Hallo Alexander. Schönen guten Tag. Alex, du bist Management- und Technologieberater und Bereichsleiter für das Thema HR bei der MainSquare AG, also ein Kollege von mir, ja. Und seit 15 Jahren in mittelständischen und Großunternehmen unterwegs für das Thema Personalberatung, HCM-Beratung und Entwicklung und spezialisiert auf die Anwendungs- und Prozessberatung im Umfeld HR. Jetzt auch zuletzt SuccessFactors und Workday. Das heißt, du kennst dich ziemlich gut aus im SAP HCM Ökosystem und jetzt gibt es ja diesen neuen Begriff HVS4. Erklär doch bitte mal, was genau ist HVS4 und wie unterscheidet es sich auch vielleicht von der aktuellen HR-Lösung von SAP. Ja, sehr gerne. Also HVS4 steht erstmal für SAP HCM vor S4HANA und ist im Prinzip die Nachfolgelösung des aktuellen SAP ERP HCM und basiert dann auf der S4HANA-Technologiebasis wieder zur SAP sagen würde an der Stelle. Und ja, das ist im Prinzip ein Upgrade des bestehenden HR-Systems von der SAP. Und wie sich das unterscheidet, war ja eine zweite Frage an der Stelle. Ja, wie unterscheidet sich das? Und hier, wir werden jetzt ja intensiv heute darüber sprechen, über HVS4 an der Stelle. Im Kern der Sachbearbeiter, der sich heute anmeldet und morgen dann auf dem Upgradeten HVS4-System anmeldet, der wird wahrscheinlich dann Richtung IT fragen, wo ist das Upgrade? Also im Kern, was die Kernprozesse angeht, ist da eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied her. Und ja, das schon mal so ein bisschen vorweggespoilert, aber es gibt viel zu tun, was dieses Upgrade dann angeht und was das Upgrade dann halt auch mit sich bringt in Summe und warum es eigentlich auch notwendig ist zu tun. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt bisher, ich gucke ja immer so ein bisschen aus der Technikperspektive ein bisschen drauf, ja. Das heißt also, wenn ich jetzt auf HVS4 gehe, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, dass auf S4HANA gehe, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, HCM mitzunehmen, weil das war ja bisher irgendwie, ich konnte das mitnehmen, also was war denn aktuell? Wenn ich jetzt im Moment ein ERP habe, wo auch HCM drin ist, dann konnte ich bisher nicht auf S4HANA umstellen. Genau, also ich konnte natürlich den ERP-Teil auf S4HANA umstellen. Der HCM-Modul lief im Prinzip dann im sogenannten Kompatibilitätsmodus. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie damals von Windows, wo man auf Windows 98 Software im Kompatibilitätsmodus auf XP irgendwie ausgeführt hat. Ungefähr ähnlich bei der ganzen Geschichte. Hoffentlich nicht ähnlich stabil? Ne, so stabil, wie es eigentlich auch vorher war. Also ja. Und dann ist es aber so, dass diese Kombination endet 2025 und zwar nicht, was dann so Maintenance angeht, sondern im Nutzungsrecht. Das heißt, diese Kombination, ich habe meinen ERP-Teil mit Finance & Co. schon auf S4HANA und habe das HCM-System darin auch am Laufen und habe das noch nicht auf dann HVS4 geupgradet, darf ich dann ab 01.01.2026 nicht mehr nutzen, weil das Nutzungsrecht dann ausläuft. Das heißt, das ist dann Handlungsbedarf für Kunden, die HR und den restlichen großen Teil natürlich der ERP-Lösung auf einer physischen Maschine betreiben. Die müssen bis 31.12.2025 geupgradet haben. Was ist denn da die Strategie der SAP, was also die Zukunft von HCM angeht? Also du sagst, im Prinzip konnten alle jetzt im Kompatibilitätsmodus erstmal so weitermachen, also HCM erstmal ignoriert. Es ist mitgenommen. So jetzt gibt es da eine Deadline mit 2025. Ist denn HVS4 jetzt, ich sag mal, die Zukunft von HCM oder dem HR-Modul von SAP? Ja, also seit Anfang dieses Jahres, bis zum Ende letzten Jahres gab es dann mit der S4-Upgrade-Linie das HVS4, was ausgeliefert wurde von der SAP. Und im Prinzip ist das strategisch gesehen von der SAP jetzt nicht unbedingt der Innovationssprung, der jetzt erfolgen sollte bei der ganzen Sache. SAP hat eine Herausforderung. Sie sind ja auf dem Weg vollkommen in die Cloud zu gehen mit allen möglichen Dingen. Und in der Cloud liegt die Zukunft. Das erwähnst du im Podcast von dir ja auch relativ häufig, wo die Zukunft liegt. Insofern auch für den HR-Teil. Und mit SuccessFactors ist eigentlich schon die Next-Generation-Lösung am Markt eingekauft worden und ausgebaut worden und stabilisiert worden und so weiter und so weiter. Mit dem Nachteil, dass das Thema Zeitwirtschaft für den ein oder andere Unternehmung in Deutschland problematisch ist, auf SuccessFactors zu fahren, weil... Sag nochmal schnell, Zeitwirtschaft. Ja, das Thema Arbeitszeit, Arbeitszeitbewertung. Ja, und sowas wie dann Richtung, wie lange habe ich eigentlich gearbeitet heute? Ja, bis hin zu, wie sieht mein Jahreskonto, Arbeitszeitkonto aus? Wie sieht mein Lebensarbeitszeitkonto aus? Und dann sowas wie Mehrarbeiten, Zuschläge, Sonntagnachtzuschlag, was es dann also gibt. Also alles, was man sich so in Tarifverträgen ausdenken kann, rund um das Thema Arbeitszeit, gibt es in Deutschland natürlich sehr, sehr viel Komplexität. Und da traut natürlich der eine oder andere SuccessFactors noch nicht ganz so zu, das alles abbilden zu können, was ja nicht ganz so stimmt. Man kann da eigentlich schon ziemlich viel machen. Aber der große Pferdefuß bei der ganzen Sache ist das Thema Entgeltabrechnung. Ich kann noch nicht mit SuccessFactors Lohn und Gehalt abrechnen und den Mitarbeitern ihren Verdienten Sold überweisen. Das geht halt nicht mit SuccessFactors. Das soll 2027 dann irgendwann mal rauskommen mit der NextGen Payroll, die auch schon übrigens in UK getestet wird. Das heißt, Framework, Engine und sowas. Also es ist nicht nur heiße Luft, sondern es ist tatsächlich passiert was. Es passiert was, es wird auch investiert. Es gibt auch von SAP eine Initiative, die heißt HXM Move, wo dann ordentlich auch Geld reingepumpt wird in diese Weiterentwicklung. Aber ich komme mal zum Punkt zurück. Ich kann halt nicht mit SuccessFactors alles abdecken, wofür eine Personalabteilung so verantwortlich ist. Und wenn man so aus der Frühzeit kommt im Personalwesen, dann ist Entgelt das Allerwichtigste. Das ist die Daseinsberechtigung erstmal für eine Personalabteilung. Das Geld fließt an die Mitarbeiter. Und diese Kernaufgabe kann SuccessFactors nicht erfüllen, weswegen man halt noch immer auf SAP HCM oder halt andere Softwarelösungen zurückgreifen muss. Und die meisten, also viele große Unternehmen und mittelständische Unternehmen, haben halt SAP HCM für das Team Entgeltabrechnung. Und dann ging natürlich von der SAP der Plan nicht auf zu sagen, okay, wir können jetzt alle Kunden auch in die Cloud schubsen im HR-Bereich und müssen was mit unserer jetzigen Maschine G tun. Weil das war der ursprüngliche Plan. Der ursprüngliche Plan war ja sozusagen, HCM wird stillgelegt. Wir müssen uns nicht mehr darum kümmern. Also mein Kontakt mit HCM war meistens irgendwelche Legal-Patches einspielen oder irgendwelche. Es war immer irgendwas zu patchen da. Ja, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob irgendjemand dem eine Träne nachgeweint hätte jetzt, also aus Technik-Sicht, wenn man da jetzt dieses zusätzliche System hätte einstampfen können auf den Weg zu HVS4. Nee, auch weil es natürlich auch ziemlich speicher- und ressourcenintensiv ist, das System. Also das kommt ja auch noch zu. Also aus Basis-Sicht gesehen ist das natürlich ein Problem. Und aus Basis-Sicht gesehen, das Zweite ist natürlich auch sowas wie Berechtigungskonzepte funktionieren ja ganz anders dort auf dem HR-System. Ja. Was mich interessieren würde, wäre, du hast ja eben auch angedeutet, mit HVS4, wenn darauf umgestellt wird, dann merken die User das gar nicht. Also was ist denn jetzt eigentlich dann der Unterschied zwischen dem Kompatibilitätsmodus und HVS4? Also hat SAP einfach jetzt nur gesagt, ja, wir ändern den Registry-Eintrag, quasi ein Parameter vom SAP-System, Profilparameter und dann ist das jetzt HVS4? Oder gibt es da schon noch irgendeine Form von Verbesserung oder Innovation irgendwie? Also hat man auch was davon, außer der Notwendigkeit, die man da irgendwie abspulen muss? Ja, also erst mal, am Ende des Tages ist es das Aktivieren einer Business Function, das war's. Also das Thema Registry-Eintrag, das ist es am Ende des Tages wirklich so, nach dem Motto. Ja, also das ist schon der Fall. Aber klar, natürlich gibt es Mehrwerte auch davon um HVS4. Also als Beispiel ist es so, dass die SAP jetzt auf Basis von HVS4 neue Fiori-Applikationen rausbringt, die zum Beispiel Personalsachbearbeiter mehr unterstützen, die Stammdatenmanagement zu betreiben, gerade wenn es darum geht, man hat eine dezentrale Personalabteilung. Das ist dann etwas, wo man profitieren von kann. Oder für die Learning Solution, das heißt das Veranstaltung Lernmodul On-Premise-Seite von SAP. Da gibt es jetzt auch Fiori-Applikationen. Das heißt, die haben da schon sich noch ein bisschen was ausgedacht. Ein bisschen was ausgedacht, ein bisschen Kosmetik, da passieren ein paar Sachen, kleinere Dinge oder sowas. Aber man kann jetzt nicht irgendwie das große, tolle, neue, innovative, hippe, mega schöne erwarten. Das ist nicht Bestandteil, was dieses Upgrade dann beinhaltet. Es ist eher so vergleichbar mit einem Enhancement-Package-Upgrade. Es kommen schöne paar neue Applikationen. Da musste man immer viel testen. Ja, viele neue Applikationen hoch. Aber was ist es im Kern? Also im Kern ist es dann halt auch, dass das HR-System dann auf einer HANA-Datenbank läuft und laufen muss und das Thema NIDB auch für ein HR-System dann weg ist. Und weil die meisten HR-Systeme vom ERP entkoppelt sind und viele Unternehmen halt auch sagen, okay, wir haben hier unsere ERP-Linie, wir haben unsere HR-Linie hier. Müssen sie das HR-System auf HANA-Datenbank upgraden mit den ganzen Themen, die davor eigentlich anstehen. Also Beginn von Unicode, AK 2010, der letzte, der es noch gemacht hatte. Es gibt aber noch da draußen. Ja, es gibt auch welche. Jetzt noch nicht haben, dann halt Enhancement-Package 8 muss vorausgesetzt sein als letztes Upgrade. Netweaver 7.5, Solution Manager 7.2 brauche ich dafür. Das sind so Voraussetzungen, die ich haben muss. Dann natürlich der ganze Code innerhalb des HR-Systems muss natürlich HANA-Datenbank kompatibel sein. Also der Custom-Code, also der kundeneigene Code. Ja, genau. Der muss kompatibel sein für eine HANA-Datenbank. Da existiert natürlich im HR relativ viel, vor allen Dingen, weil auch viele Add-Ons eingesetzt werden, häufig zur Abrechnungsbegleitung. Also die, die dann vernünftig die Auswertung, die Analyse machen oder auch sowas wie für Testfälle das Thema Kopieren von Personalfällen. Das ist genau das Gleiche, wo es dann auch dass auch anonymisierte Daten dann auf das Q-System übertragen werden, damit man so einen Testlauf machen kann von der Entgeltabrechnung und so weiter. Genau, oder Anschluss einer digitalen Personalakte, da gibt es dann auch Add-On-Komponenten. Also so ein HR-System ist echt aufgeladen mit Add-On-Komponenten, die natürlich dann auch HANA-Datenbank-fähig bzw. HVS-Fahr-fähig dann sein müssen bei der ganzen Geschichte. Ja, oder wenn es dann auch Richtung geht, Richtung Success-Factors und die Schnittstelle zu Success-Factors, die man dann hat. Auch da und Employee Central, das heißt das neue Stammdatenmanagement in Success-Factors einsetzt, da muss man die Schnittstelle auch upgraden im Sinne von HVS-Fahr. Also die SAP hat halt gesagt gehabt, mit HVS-Fahr machen wir sehr, sehr viele Restriktionen, was man alles technologisch eigentlich, auf welchen Level man kommen muss, damit man überhaupt diese Business-Funktion aktivieren kann. Ja, und die Business-Funktion aktivieren für sich ist ja ein Witz und das ist eigentlich ein Upgrade, nur ist man auf dem technischen Level bis dahin eigentlich schon. Das heißt, die Funktion ist so lange ausgegraut, bis man seine Hausaufgaben gemacht hat. Jetzt gibt es da ja auch dann irgendwie noch zwei Parteien. Also die eine Partei ist, das HCM ist mit in meinem ERP-System, das gibt es ja weiterhin und ich bin auf SV HANA hochgegangen. Das heißt, da müsste doch das eigentlich relativ in Reichweite sein. Also da muss ich nicht so viel Angst haben vor Ende 2025, sondern kann dann sagen, ja, ich muss mehr oder weniger nur die Business-Funktion aktivieren, weil irgendjemand hoffentlich schon die Arbeit gemacht hat, durch das System zu gehen und gewisse Basics zu machen wie Custom Code und so weiter und so fort. Genau, da ist schon mal Custom Code erledigt, da ist die HANA Datenbank drunter geschraubt bei der ganzen Geschichte. Das ist schon mal... Und theoretisch müsste ich nicht mal die Anwender schulen, weil ich habe so ein bisschen rausgehört. Man kann sich auch morgen noch mit der SAP GUI anmelden und sehe da meine PA20, PA30 oder was auch immer man heutzutage... Genau, für die Stammdatenverwaltung oder die Maßnahmen, PA40 oder diese ganz typischen Transaktionen, die gibt es weiterhin. Genau, wenn man das natürlich integriert hat, dann ist das meistens, weil der Finance-Bereich da schon sehr viel Zuarbeit geleistet hat mit ihrem Upgrade in Richtung S4, die ja etwas eher terminiert gewesen waren, was man da tun musste. Deswegen hat man da schon viele Hausaufgaben erledigt bekommen, so aus der Ersicht gesehen. Für die, die natürlich separierte Systeme haben, ist es ja so, zwei Systemlinien oder mehrere Systemlinien, die man hat, die tut man unterschiedlich stärker warten oder updaten, je nachdem wie die Bedürfnisse auch sind. Aber die Systeme, die ich momentan vorfinde, ist halt so, es gibt halt immer echt einiges zu tun, um das System erstmal auf dem technischen Level zu bringen, die SAP mit H4S4... Und das heißt im Prinzip, also wer schon mal durch sich durch S4HANA durchgearbeitet hat sozusagen, kann quasi den Projektplan nochmal nehmen, um ihn dann auf sein separates HCM-System anzuwenden. Du hattest eben das Thema Schnittstellen erwähnt, Third-Party-Software, Custom-Code, das sind ja schon mal ein paar dicke Brocken, die man dann so in seinen Plan rein machen muss. Also was ist so deine Einschätzung im Vergleich zu, also wenn man mit ERP schon S4HANA auf S4HANA umgestellt hat, wie sehr kann man das verwenden, um das auch für das HCM-System zu machen? Also im generischen, also im Meta-Level, was du jetzt gerade selber so angesprochen hast, Thema Schnittstellen und Co, kann man das einfach eins zu eins verwenden. Natürlich sind es andere Schnittstellen, logisch. Also zu Zeiterfassungsterminals, zu den Krankenkassen, zu Finanzämtern und so sind inhaltlich andere Schnittstellen, was das Ganze angeht. Aber erstmal, ja, Schnittstellen muss ich mir angucken. Kastencode, ja, muss ich mir angucken. Also der Projektplan auf dieser Meta-Ebene, Flugebene, ein Überdetail, ja, kann man genauso rausholen. Auch vom Zeitaufwand oder so was in der Art ähnlich. Wobei man natürlich einen Punkt machen, in diesem in diesem ganzen Plan streichen kann, ist das ganze Thema Prozesse. Wenn im Finance-Bereich natürlich neue Fachprozesse einführe, ist das jetzt im HR jetzt nicht der Fall. Es sei denn, ich verwende irgendwas aus der Fiori-Welt dann, also dass ich dann auch sage, ich möchte irgendwas davon verwenden, oder? Ja, wenn du zusätzlich was machen möchtest, dazukommen möchtest, ja. Es gibt natürlich halt auch, wo wir gerade bei dem Thema sind, nehmen Mehrwerte mit neuen Applikationen und natürlich auch der Wartungszusage, bis 2040 Entgeltabrechnung auf HCM sicherzustellen. Ich meine, das ist ja auch mal ein Statement. Das muss man auf der anderen Seite mal sagen. Welcher Softwarehersteller auf dieser Welt gibt eine Zusage, dass die Software bis 2040 läuft? Kann man ja mal mit Microsoft mal anklingeln oder sowas. Ja, unwahrscheinlich. Ja, unwahrscheinlich, genau. Also das ist ja wirklich ein Statement. Also man kauft sich ja Sicherheit damit auch ein und Stabilität. Und dadurch, dass man mit der Entgeltabrechnung heute jetzt auf dem Arbeitnehmermarkt jetzt irgendwie keinen Blumentopf gewinnt, also mit der schönsten Entgeltabrechnung gewinnst du gar nichts, da interessiert sich kein Mensch für, ist die Hausaufgabe, Entgelt auszuzahlen bis 2040, kann man grünen Haken da machen, wenn man HVS war, erstmal geupgradet hat bei der ganzen Sache. Also das ist natürlich ein schöner Aspekt, den man haben muss. Ich höre so ein bisschen auch raus. Also mal eine andere Frage. Mal angenommen, ich habe HCM und ich will das nicht. Also aus Gründen, weil ich jetzt keinen Bock habe, nochmal auf quasi S4 zu migrieren mit einer zweiten Systemlinie. Was sind denn die Alternativen? Also kann ich auch einfach sagen, ich betreibe das nach 2025 weiter. 27 ist es ja jetzt. Also nach 2027, da endet der der Maintenance. Da habe ich ja bis 2030 den Extendent. Genau, das wäre, genau das mit 2025 war ja auf S4HANA im Kompatibilitätsmodus. Aber ich könnte, genau, man hat es ja auch einfach so laufen lassen bis Ende 2027. Wahnsinnig. Ja, genau. Und dann noch die drei Jahre Extended Maintenance. Das kostet jetzt auch nicht so viel mehr. Also da muss man jetzt nicht auch sagen, boah, das ist ein Berg von mehr Geld. Natürlich will die SAP, hält die Hand ein bisschen mehr auf, ist klar. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ja gut, jetzt machen wir mal folgendes. Wir machen bis 2026 erstmal gar nichts. Und was das HR-System angeht, dann gucken wir mal, was die SAP jetzt macht mit dem neuen Thema Entgelt. Und zur Not zahlen wir mal bis 2030 den Extended Maintenance und gehen dann in die Full-Cloud-Variante in einem Big-Bang-Szenario. Ist natürlich eine Möglichkeit. Das heißt also, die Option wäre aussitzen bis Success-Factors ready ist für Entgeltabrechnung und so weiter. Ja, genau, richtig. Was empfiehlst du im Moment? Naja. Kann man das so pauschal sagen? Ja. Ich frage für einen Freund. Ja, die Frage ist natürlich halt alles. Also stimmt die Timeline so oder ist das eher so eine Elon Musk-Timeline? Ja, also ankündigen, was in zwei Jahren schon da ist und dauert sechs Jahre bis es dann auch. Nächstes Jahr sind wir auf dem Mars. Ja, genau. Nächstes Jahr sind wir auf dem Mars. Also das ist der Punkt. Also dass man in UK jetzt schon Beta-User sucht, ist ein guter Indikator für man ist weit genug oder schon weit. Andererseits natürlich die Frage, deutsche Entgeltabrechnung 27 wird sie released und wenn es dann 28 wird oder 28 im Sommer so wird, dann werden wahrscheinlich die ersten nervös. Dann wird schon echt knapp bei der ganzen Geschichte. Und was man ja auch damit bedenken muss, ist ja mit dem HVS4 Upgrade bin ich ja, ja wie soll ich sagen, dann erstmal safe bis 2040. Also um diese Sache muss ich mich dann absolut erstmal gar nicht mehr kümmern und bin nicht in der Situation und kann jetzt auch natürlich das nutzen aus der HR-Abteilung zu gucken, was lasse ich jetzt wirklich im HR-System noch und was ziehe ich jetzt schon raus in andere Lösungen oder so hinein. Weil mit dem HVS4 Upgrade ist jetzt nicht nur die technologische Basis, die sich verändert, sondern es sind sogenannte fachliche Simplifications angekündigt. Das heißt, Altmodule, die schon auch echt alt sind im HR-Bereich, die sind abgekündigt und die kann man dann Tag eins, nachdem der Business Function aktiviert ist, auch nicht mehr ausführen. Also zum Beispiel, was einige Kunden einsetzen, ist das Thema Veranstaltungsmanagement. Warum nutzen sie das? Zum Beispiel zum Erfassen von so Arbeitsschutzschulungen, dass die auch teilgenommen haben, ja als ein Beispiel. So Fortbildung oder Sicherheitsunterweisung. Sicherheitsunterweisung, Pflichttrainings und sowas, als den Nachweis zu haben, dass die Leute daran teilgenommen haben. Gar nicht um das Thema hippes Selbstlernmanagement zu haben, sondern einfach nur, ich habe hier im System protokolliert und der hat mir auch kurz und wir haben die Teilnehmerbestätigung und alles Mögliche hier einmal hingeschrieben. Und wenn jetzt irgendwo jemand fragt, Werksfeuerwehr etc. pp, wie auch immer, dann können wir hier einen Auszug machen und sagen, das sind hier alle Leute, die den letzten Monat reingegangen sind, die haben alle bestanden und so weiter. Gehen raus, wenn es brennt und so. Genau, richtig. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Das tut, was es soll für diesen Minimalfall. Und das haben halt gerade im produzierenden Industriegewerbe, haben natürlich Kunden das im Einsatz. Und das kann man dann ab Tag eins, kann man auch die Lesetransaktion öffnen, aber nicht mehr die Schreibtransaktion. Und das war es dann halt bei der ganzen Geschichte. Und da gibt es eine ganz, ganz große Menge. Also sowas wie Kostenplanung als Beispiel. Manager Desktop für Reporting für Vorgesetzte ist auch abgekündigt. Und da gibt es wirklich eine lange Liste. Und da gibt es aber dann schon Funktionen in SuccessFactors für Umsatzversetzen. Genau, richtig. Das heißt, aber das würde doch auch heißen dann, eigentlich muss man, wenn man HVS4 einsetzt, auch SuccessFactors einsetzen. Oder was anderes. Oder was anderes. Genau, oder was anderes. Genau. Gut, also wir haben eben über die Alternativen gesprochen. Ich habe verstanden, im Prinzip, man könnte es einfach aussitzen, in der Hoffnung, dass SuccessFactors dann der Heilsbringer ist sozusagen. Oder eine andere Software. Also Workday hat angekündigt, eigentlich Ende diesen, also es steht noch auf der Webseite, soweit ich letztens geguckt habe, Entgeltabrechnung in Deutschland Ende diesen Jahres zu launchen. Das wird wahrscheinlich aber eher was 25, wie ich das mitgekriegt habe, sind vielleicht schneller. Disclosure, Full Disclosure. Wir sind auch Workday-Partner, ja. Was ist denn so im Moment deine Beobachtung? Nutzen Kunden das als Gelegenheit nochmal zu überlegen, ob SAP HCM überhaupt die Zukunft ist? Ja klar. Ich meine, sie werden ja von der SAP so ein bisschen vor die Tür gesetzt, kann man sagen. Also mit HVS4 hat man sehr viele technische Restriktionen, um überhaupt upgradefähig zu sein. Das ist ja schon mal so, puh, ich muss was investieren in etwas, was ich eigentlich, und das ist ja wirklich, wenig Mehrwerte liefert. Also ein Return-on-Invest-Rechnung jetzt irgendein Vorstand oder Geschäftsleitung vorzurechnen, dass HVS4 Sinn ergibt und dann ein ROI ist irgendwann mal. Ah, den brauchen wir nicht antreten, da können wir uns die Zeit sparen für. Das ist null. Das ist eher so eine Notwendigkeit. Das bringt mir jetzt nicht, also so cool sind die Fiori-Apps dann doch nicht. Nein, es bringt, nein, genau richtig. Also es bringt mir jetzt nichts in Sachen irgendwie Effizienzsteigerung, irgendwie Verbesserung meiner HR-Arbeit oder sowas. Also nein, absolut nicht. Also den ROI brauchen wir gar nicht antreten an der Stelle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Überlegung der Kunden ist, na gut, wie sieht denn eigentlich generell meine zukünftige HR-IT-Landschaft überhaupt in Summe aus? Ja, also und dann Personalverteilungen überlegen sich ja sowieso dahingehend. Ich meine, wir haben ja mehrere Probleme in diesem Land oder auch generell weltweit. Also im Sinne von Arbeitsproduktivität eines einzelnen steigert sich nicht mehr, was die neuesten Zahlen zeigen oder dann halt auch der Fachkräftemangel, der noch dazukommt. 500.000 Leute verlassen jedes Jahr mehr die Arbeitswelt. Ich muss das irgendwie kompensieren. Und dieser War for Talent, ja, der wird stärker und stärker und stärker. Das können viele nicht mehr hören an der Stelle, ist ja klar, weil er schon seit fünf Jahren durch Medien geistert und man muss so was tun. Und da überlegt man sich natürlich halt auch, okay, wie kann ich als Arbeitgeber jetzt in diesem Markt, in dem ich agiere, wettbewerbsdifferenzierend eigentlich unterwegs sein? Mit einer total schönen Entgeltabrechnung? Nicht, das habe ich ja schon gerade erwähnt. Aber womit denn dann? Mit schnellen Recruiting-Prozessen, also kein Arbeits- als Beispiel von Erstkontakt zu Arbeitsvertrag unterschrieben innerhalb von zwei Wochen. Kann sich ja natürlich jetzt jeder überlegen, ob er selber hinbekommt. Aber das ist dann... Ich kenne da den Markt nicht. Was ist da so üblich? Was siehst du da? Ja, von Erstkontakt zur Erste Antwort drei Wochen so ungefähr. Ja, okay. Alles klar. Also manchmal. Es kommt drauf an. Also es ändert sich natürlich rapide. Und das liegt dann auch am SAP-HCM-System? Also das liegt dann an den Prozessen, die in dem System abgebildet sind, dass es so langsam ist? Nee, das gar nicht so sehr unbedingt. Das nicht. Es liegt dann natürlich an den eigenen Prozessen, operativen Prozessen, an der meistens klagen ja Personalleiter, mit denen ich spreche darüber, dass sie ja zu wenig Leute haben, um diese Aufgaben überhaupt zu erledigen, weil sie so viel administrativen Kram auf dem Tisch liegen haben. Ja, also ist ja heutzutage noch so, dass ungefähr so eine Personalabteilung 40 Prozent bis 50 Prozent nur administrativen Gaben machen. Was meine ich damit? Also Akten von A nach B tragen, weil sie noch zum Beispiel keine digitale Personalakte haben, Sachen einscannen, wegschicken, Daten eintippen in ein System, überprüfen, kontrollieren, Fehler finden, dass der Mitarbeiter hier vergessen hat, seine Raucherpause richtig zu stempeln und sowas in der Art. Das ist ja das, mit dem heutzutage noch eine Personalabteilung zu 50 Prozent belastet ist und wo man sich denkt, es ist doch eigentlich heutzutage gar nicht mehr nötig. Was wäre die Alternative? Es gibt also, in welche Hinsicht? Ja, also wie könnte man diese Last reduzieren? Also wenn man sagt, also wahrscheinlich ist es ja so, wenn die sich um Bewerbung kümmern würden, das wäre eigentlich wünschenswert. Das ist, genau. Aber das machen sie jetzt gerade nicht. Sie machen Personaladministration, das heißt, sie erfassen Daten und schieben sie von links nach rechts und so weiter. Vermutlich macht das ja auch nicht besonders Freude, sage ich mal, wie auch immer. Ja, so und was wäre aber da dann die Alternative? Wir sind ja auch, wir sind ja gekommen von, überlegen sich Leute SAP HCM abzulösen. Also was wäre denn die Alternative? Also Self-Services? Self-Services ist natürlich ein erster Schritt. Das heißt, mehr nach externalisieren, als die Mitarbeiter zu befähigen, ihre Sachen selber zu erledigen. Das geht meistens auch schneller, ist sogar Zeitersparnis, mehr Ersparnis für die Mitarbeiter am Ende des Tages, wenn man so alles zusammen sieht. Also unter dem Motto, ich fülle nicht etwas aus, was dann an die Personalabteilung gibt, die das wieder reingeben, sondern ich mache es selber ins System. Genau, ich mache es selber. Und so ist zum Beispiel auch SuccessFact aufgebaut. Komme ich gleich nochmal ganz gut zu. Das ist eins, Self-Services mehr. Dann natürlich alles Mögliche zu digitalisieren, was man digitalisieren kann noch in der HR-Abteilung, um was zu tun, dann maximal zu automatisieren. Also nicht digitalisieren um Digitalisierenswillens, sondern um Automatisierenswillens. Und dann kommt auch sowas wie KI ins Spiel, mit dem ich dann natürlich auch viel machen kann. Oder mit RPA, wenn es darum geht... Erklär mal kurz, was ist RPA? Ja, das ist ja Robot Process Automation, das heißt replikative Aufgaben, die immer gleich abgespult werden, nehme ich quasi auf wie so ein Video und dann führt ein Roboter... Geh ins erste Feld, trage da jetzt die Information ein, spring ins nächste Feld und so weiter, starte wieder bei eins. Genau, so Massenverarbeitungsgeschichten. Und die kann ich natürlich damit dann halt sehr gut mich entledigen, das zu tun. So und kann ich das mit anderen Lösungen besser als mit SAP HCM? Ja, genau. Mit Analysen geht das weitaus besser, weil, also zum Beispiel SuccessFactors, Workday oder auch viele andere HR-Suiten der Zukunft sind anders designt schonmal. Das heißt, die Prozesse, die Usability in dem System ist mitarbeiterzentriert gedacht. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel mit einer Personalabteilung gesprochen, die hatte von der SAP, hat die dann SuccessFactors gezeigt bekommen und haben gesagt gehabt, wir haben überhaupt gar nicht gesehen, wie arbeitet dann eigentlich eine Personalabteilung mit dem System? Also die Überlegung ist eher, es ist so darauf ausgerichtet, dass eigentlich der Großteil selber läuft, ohne die Personalabteilung und dass die Personalabteilung tatsächlich wieder Personal-Dinge machen kann. Also so, was ich als Laie irgendwie aus der Sicht dann vermuten würde. Mitarbeiterbetreuung, Mitarbeiter in Gespräche führen, Einstellungsgespräche führen, Karriereplanung, Nachfolgeplanung. Auf Bewerbungen gucken irgendwie oder so, ja. Ja, genau. Und da habe ich dann gefragt gehabt, ja, was haben sie denn gesehen? Dann haben sie mir erzählt, was sie gesehen haben und gesagt, ja, das ist auch ihre Sicht. Also das ist, es gibt eine Oberfläche und die nutzen Führungskräfte, Mitarbeiter und die Personalabteilung zusammen. Ist berechtigungstechnisch dann differenziert, wer was wie darf. Aber das ist es halt. Es ist aus Mitarbeiter-Sicht. Also es ist so gedesignt, dass Mitarbeiter befähigt sind maximal, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Und das ist halt das Gleiche. Das heißt, das ist wirklich auch ein Paradigmenwechsel. Genau, richtig. Und das ist eine Schwierigkeit. Und der, okay, der erfordert natürlich erstmal Change dann. Das ist wahrscheinlich auch eine der Herausforderungen. Ja, genau. Der technische Projektplan sozusagen, sondern so ein Change, wenn man jetzt dann auch Success-Factors einführt oder Workday. Was gibt es noch? Also womit beschäftigt sich der Markt im Moment? Ja, in Deutschland ganz gut unterwegs oder mehr und mehr ein kleiner Rising Star ist Personio. Das ist gerade für Mittelstandskunden, also nicht für groß, also nicht MDAX und Accounts, aber so bis SDAX, sag ich jetzt mal, ist das eine sehr gute HR-Lösung. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Und da gibt es natürlich sowas wie Conastone, UKG. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Lösungen. Oracle versucht mit ihrer Lösung auf den deutschen Markt reinzukommen, auch noch zusätzlich aus Amerika kommt. Aber da merkt man schon, dass da auch eine inhaltliche Philosophie nochmal... Also erstens dieser Paradigmenwechsel innerhalb meiner Abteilung, dass sich meine Arbeitsart und Weise, wie ich heute als Personaler arbeite, mit einem so einem System morgen komplett auf den Kopf gestellt ist. Okay. Das ist das Erste. Also ob das jetzt Success-Factors Workday oder was auch immer ist, ist komplett geändert. Wenn dann noch so eine amerikanische Personal-Arbeitsphilosophie noch Einzug erhält, da tut sich, das ist doch schon ein zu viel. Sag mal ein Beispiel, ich denke sogar an Hire and Fire als erstes, aber ich weiß nicht, ob ich da auf dem falschen Dampfer bin. Also was meinst du mit amerikanischer Philosophie? Ja, Richtung auch mehr gläsernen Mitarbeiter, mehr Auswertung und sowas. Wann haben sie sich angemeldet? Ja, so weit runtergebrochen dann schon. Aber das Thema Hire and Fire, schnelle Prozesse bei der ganzen Geschichte, Performance-Indexe rund um die Mitarbeiter. Das ist natürlich schon mehr ausgelegt auf diese Richtung gesehen. Das ist natürlich so, dass sich Personaler oder Personalleiter sich über sowas auch freuen würde. Aber wir haben halt hier noch eine Mitbestimmung in diesem Land, die viel Einfluss hat, um sowas zu sagen. Sowas geht halt nicht. Und dann baust du das System eigentlich ab absurdum, passt dann nicht mehr. Gut, also es wird aktiv darüber nachgedacht über andere Lösungen. Jetzt ist aber auch nicht so, dass der Großteil der SAP-Kunden mit wehenden Fahnen irgendwie das Feld wechselt, sondern es wahrscheinlich wird auch erst mal der Ist-Stand versucht, ein bisschen zu konservieren. Was würdest du denn einschätzen im Moment? Ziehen das viele in Betracht HVS vor? Also als Zwischenschritt zu was auch immer SuccessFactors mir anbietet? Oder ist es wirklich so, nee, wir nutzen jetzt die Zeit bis Ende 2027, um uns tatsächlich eine andere Lösung zu suchen? Also HVS4 ist wirklich bei jedem ein Thema. Und was ich vorher nicht gedacht habe, was aber jetzt in den ersten Readiness-Checks, die wir machen und die Kundenbetreuung, die wir rund um den Thema Umzug machen, ist, dass viele darüber nachdenken, in die Private Cloud Edition von der SAP zu wechseln. Das heißt... Also dieses Rise with SAP zu nutzen? Ja, genau, richtig für HR. Genau, richtig für HR. Das heißt, was ist das? Also aus dem Keller Ihre SAP-HCM-Maschine hochtragen und nach Waldorf fahren und da hier aufstellen? Also physisch jetzt so... Ja, oder weniger. Ja, oder weniger, aber... Genau so machen wir das. Genau, so ungefähr läuft das, ja. Und dann... Ja, ähm... Da überlegen wirklich viele, viele mehr Kunden. Warum? Weil HVS4 ja auch noch ein paar technische Restriktionen mit sich bringt, die ich jetzt nicht erwähnt habe, ne? Um eine HANA-Datenbank zu betreiben, muss ich auf Linux unterwegs sein. Habe ich jetzt Microsoft SQL und Windows als System unter meiner HR-Kiste? Ist der Sprung größer. Ja, ist der Sprung größer, ne? Also das sieht erst ein Endanwender nicht, dass jetzt Linux oder Windows da drauf läuft, aber so als Basis-Administrator sagt man, ach du meine Güte. Dann brauche ich eine komplett andere Hardware-Infrastruktur, ja? Also ich bin ja dann in Memory mehr, ja? Und brauche eine andere Hardware-Infrastruktur. Heißt eigentlich Blech anschaffen, ja? Und umziehen damit halt auch irgendwie. Ja, und in dem Zuge dann zu überlegen, ja, Moment mal, wenn ich jetzt schon hier, ne? Betriebssystem, Datenbank wechsle, Blech und so weiter, dann kann ich mir auch einfach mal... Ja, irgendwie auch woanders gehen. Genau, dann kann ich eigentlich auch zur SAP gehen als Zwischenschritt. Und dann bin ich das Thema auch für die Zukunft auch erstmal los, ja? Und die SAP sagt dann halt auch, und wir helfen dir natürlich dann auch weiter, Richtung SuccessFactors zu kommen mit den Daten. Und du bist ja schon mal jetzt bei uns in der Cloud, ne? Das ist so quasi halbe Cloud mit einem Bein in die Cloud, ne? Quasi, ja. Das sagt auch die SAP. Die sagt auch ganz deutlich das Thema H4S4 On-Premise, das heißt bei sich zu Hause stehend, ja? Und SuccessFactors ist für sich mehr Sackgasse als wenn man sagt, komm mit einem Bein schon mal in unsere Cloud mit deinem HR-System. Und mit dem zweiten Bein stehst du bei SuccessFactors. Das ist momentan der beste Status Quo, den du erreichen kannst. Das heißt, das ist die Empfehlung. Sind denn Kunden jetzt wegen H4S4 sauer, oder sehen sie das tatsächlich als, ich sag mal, Handreichung der SAP? Also was ist denn so die Stimmung, sag ich mal? Klar, beides nicht. Also ein bisschen Augenrollen, aber... Ein Personalleiter sieht das als Chance jetzt, ne? Also es ist ein guter, eigentlich ein gutes Thema. Wie das Thema Regularien, ne? Ja, kann ja mal nichts machen. Muss man jetzt tun, so nach dem Motto. Also auch die Chance, mal jetzt ein bisschen Budget zu kriegen, Budget aufräumen, gucken kann, dass man nicht anders aufstellt mit der Landschaft halt auch in die Richtung. Und guckt, ja gut, wohin fließt das Budget? Also dass man als Personalbeteiligung wirkungsvoller wird, also mehr Richtung Mitarbeiter finden, Mitarbeiter halten macht und guckt, dass man halt das, was man jetzt durch Betriebsvereinbarung, Entgeltabrechnung und sowas irgendwie am Laufen halten muss, dann am Laufen hält. Das ist dann natürlich schon so ein Aspekt, ja? Und eine IT-Abteilung sieht das jetzt total neutral bis... Also total neutral, weil es gibt ja was zu tun. Also ich meine, schön, man hat wieder was zu tun. Ja, und typischerweise so einen alten Hobel zu warten, ist auch schwieriger, als wenn man da up-to-date sein kann. Meistens sind sie total froh, weil natürlich beschweren sie sich nach dem Motto, wir müssten mal. Und das sind ja dann meistens die, die an der Kiste sitzen, die sagen dann halt auch, wir müssen noch mal was tun. Also ich predige schon seit 10 Jahren, dass wir Unicode umstellen müssen. Endlich müssen wir es tun. Ja, stimmt. Was ich eben gar nicht gefragt habe, was ist denn mit den Lizenzen? Also tut sich da auch was? Ja, lizenztechnisch wechselt natürlich das HR-System auch analog in das Lizenzmodell von S4, also im Lizenzgedanken von S4. Und im Lizenzgedanken von SuccessFactors. Es ist ja so im HR-System... Ich kann das aber immer noch ohne SuccessFactors machen. Ja, ja klar. Aber das Modell, damit ich leichter halt transformieren kann. Also was ist der Punkt? HR-System ist ja mittlerweile momentan userbasiert. Es gibt dann die Professional Users, die Self-Service Users, die Manager Self-Service Users, die LSO und es gibt verschiedene User. Und mit HVS-Form muss ich jetzt nicht User mehr lizenzieren, sondern die Mitarbeiter, also die Anzahl Mitarbeiter. Das heißt halt, wie viele Mitarbeiter rechne ich zum Beispiel auf dem System ab? Okay. Dann denkt man sich, Moment mal, wir rechnen ja auch Pensionäre ab. Muss ich die auch lizenzieren? Ja, die müssen wir dann auch lizenzieren. Wie die mit Betriebsrente? Ja, die muss man auch lizenzieren, die mit Betriebsrente. Okay, da kriegt man ein ganz anderes Sizing. Da kriegt man ganz anderes Sizing und ganz andere Kosten. Und dann gibt es natürlich die Bierdeckelrechnung. So nach dem Motto, was haben Sie bisher, also wie groß war das Lizenzvolumen bisher? Wie groß ist das neue Lizenzvolumen? Strich drunter, das ist die Differenz. Ja, und das muss man eventuell nachzahlen dann. Also das ist dann auch nochmal ein bisschen Kasse auf SAP-Seite. Natürlich vielleicht gar nicht so viel, aber es ist natürlich so, dass jetzt, wenn ich sage, oh, da haben wir uns jetzt vertan, jetzt kriegen Sie nochmal 20.000 Euro vom Herrn Klein zurück. Das wird nicht passieren mit HVS vor, glaube ich. Also, dass man da auf einmal von morgen an weniger bezahlt. Und der Vorteil bei der ganzen Geschichte, es gibt natürlich auch einen Vorteil. Es ist ein bisschen analog zum SuccessFactors-Lizenzmodell. Das heißt, wenn ich jetzt SuccessFactors Empowery Central für das Thema Stammdatenmanagement einführe, muss ich keine Doppellizenzierung vornehmen. Weil ich habe das ja noch auf meinem HR-System auch noch laufen. Und ich muss die Stammdaten... Zählt dann schon als lizenziert. Ja, genau. Also ich kann das dann transformieren in die höhere Lizenz, die dann EC wäre. Und im HCM muss ich ja trotzdem die Stammdaten halten und auch ein bisschen ändern, weil ich die ja für die Entgeltabrechnung ja anreichern muss, um das mal so zu formulieren. Und dann kann ich halt da ein bisschen mehr spielen mit. Und im alten war das so, ja gut, Sie haben HCM, Professional User, alles klar, Sie wollen SuccessFactors Ampli Central. Kann aber 5,50 Euro pro User pro Monat. Zahlen Sie mal. Und jetzt habe ich das. Das ist natürlich schon der Vorteil. Das heißt, wenn man ganz in die Zukunft denkt, ist das dann so in den Kosten, ja, ich sage mal gleichwertig, als würde man dann halt SuccessFactors komplett betreiben. Also, ja. Wenn du jetzt, wenn du einen Kunden hast, der jetzt HCM im Einsatz hat und HVS vorher noch nicht angefangen hat oder nur mal sich ein bisschen schlau gelesen hat, aber damit jetzt starten will und so richtig sich einen Plan schmieden will, was wäre deine Empfehlung, was er tun sollte? Ja. Meine Empfehlung wäre, einen Beratungspartner zu suchen. Dich also sprechen. Alles klar. Also schon mal die Information. Alle Infos gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, genau. Also uns anzusprechen und dann einen Readiness-Check durchzuführen. Das ist quasi so ein bisschen wie, man geht zum Arzt und macht dann jährlich einen Check-up mit EKG, Blut und so weiter. Das machen wir dann halt auch. Dann gucken wir mal an, wie das System so ist, was zu tun ist und so weiter. Aber es gibt auch die ärztliche Schwergepflicht bei euch, ne? Ja klar, genau. Und das Ergebnis wird dann schon nochmal diskutiert, ja? Ja, genau. Das wird diskutiert. Also wir bereiten das dann auch vernünftig auf. Es gibt dann eine Roadmap zur Transformation. Die dann alle Vorprojekte, technisch, fachlich, das eigentliche Upgrade-Projekt und so beinhaltet. Mit Kostenkalkulation, mit denen man zu rechnen hat und so weiter. Mit Analyse dahingehend kann man überhaupt in die Private Cloud Edition der SAP umziehen. Also funktioniert das überhaupt? Ja? Passe ich da überhaupt hin? Oder nicht? Das gibt es dann auch noch dazu. Und dann hat man wirklich einen Fahrplan für das Thema Upgrade. Man weiß, was man zu tun hat. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wenn ich jetzt Dinge nutze, fachlicherseits, die als Simplification abgekündigt sind. Was sind denn dann zukünftige Lösungen, mit denen ich wirklich Mehrwerte schaffe und natürlich die eigentliche Aufgabe, die ich ja vorher lösen wollte. Mit der Sicherheitsunterweisung und so weiter. Gelöst kriege ich weiterhin. Aber was kann ich jetzt noch mehr machen? Und dazu. Also das Beispiel kann als Ergebnis rauskommen, dass man sagt, ja, dann könnte Success Strictors Learning oder Workday Learning oder halt eine andere Lernplattform. Ja, also dann halt Einzug halten an der ganze Geschichte. Ja, das hört sich sehr spannend an. Vielleicht noch so zum Schluss. Was ist denn so deine Einschätzung, wenn du jetzt mal in die Glaskugel guckst? Was sind so die die nächsten Entwicklungsschritte, die jetzt für alle, die sich mit SAP HCM beschäftigen, so kommen werden? Also du hast ja schon angeteast. Also man weiß nicht ganz genau, Abrechnungen zu SuccessFactors, ja oder nein? Was ist so deine Glaskugel Prediction? Also die Glaskugel Prediction ist definitiv, wenn SAP die Endgeldabrechnung auf SuccessFactors rausbringt, dann werden sie wahrscheinlich auf den Stopp-Knopf drücken, noch irgendwas im HCM zu tun. Also auch auf HVS vor und nicht mehr machen. Weil, welchen Grund gibt es noch? Sie wollen ja, dass alle Kunden nach SuccessFactors wechseln. Ja, und jetzt noch zu sagen, wir machen hier und da ein bisschen noch was, das bremst ja eher diesen Weg. Das sind auch Ressourcen, die fehlen bei SuccessFactors. Ganz genau. Also ab 2027, wenn das Ding dann draußen ist, dann wird es außer Legal Packages und an der Kategorie Gesetzlichkeit im Einklang zu stehen damit und dass man vernünftig gesetzlich konform abrechnen kann. Nichts mehr passieren. Glaube ich nicht. Also warum auch? Es würde taktisch keinen Sinn ergeben. Also das ist meine Prediction an der ganzen Sache. Und damit würden Sie Ihr Versprechen trotzdem erfüllen, bis 2040 zu liefern, richtig? Ja, ja klar. Natürlich. Definitiv. Also Wartung ist ja Wartung. Wartung heißt ja, ich komme einmal im Jahr vorbei und mache Messwerte und ziehe zwei Schrauben an. Das kann man unter Wartung ja auch verstehen. Und nicht, dass man mit Wartung versteht, dass jetzt immer weitere Innovationen reinzugt werden. Ich meine Innovationszug. Der Innovationszug, der bleibt stehen und das war es dann halt dafür. HVS4 ist eher eine Reanimation des HR-Systems auf bestimmte Zeit. Und das Ende ist... So ein bisschen länger durchhalten, bis man eigentlich und das ist die Zukunft dann successiv. Und als HR-Abteilung muss ich mir ja heute schon Gedanken machen, wie dann die Zukunft aussieht. Aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, es endet. Und zweitens, es ist jetzt natürlich eine ideale Chance, sich so aufzustellen zukünftig, um gerade am Arbeitnehmermarkt gut bestehen zu können und auch gute Talente zu fördern und zu finden und zu halten und was nicht alles darum alles gibt. Eigentlich muss ich ja heute schon handeln, um genau diese Aufgaben zu erfüllen, die eine HR-Abteilung dann hat. Mitarbeiter finden und halten mehr. Und das ist natürlich jetzt eine ideale Chance, so als Storyline innerhalb eines Unternehmens aufzuziehen und sich dann vielleicht auch das eine oder andere Budget zu besorgen. Und... Also die Zäsur als Rückenwind nutzen dann, um da seine Prozesse auch zu verbessern mit anderen Tools eben. Genau. Und ein anderer Punkt ist, ich denke, dass wir mit den... Also der KI-Zug am Markt, der zieht ja an. Ich meine, das ist ja momentan ein sehr gehyptes Thema und jeder macht irgendwas hype-technisch, KI irgendwo. Aber auf der anderen Seite ist es so, es ist Realität. Es ist schon jetzt teilweise auf dem Plateau der Produktivität angekommen, obwohl es erst vor sechs Monaten sozusagen ChatGPT gestartet ist. Ja genau, richtig. Aber es ist auch so, dass wir als Gesellschaft diese Technologie einfach nutzen müssen und als HR-Abteilung auch nutzen müssen. Und das wird in den nächsten zwei Jahren wirklich nochmal viel viel stärker Einzug erhalten, glaube ich. Und HR-Abteilung signifikant verändern in ihrer Arbeitsweise. Wer sagt dann, oh KI ist ja irgendwas für die Zukunft oder Labor oder sowas in der Art, der täuscht und sollte dann zu meinem nächsten Vortrag kommen. Okay. Alexander Graf, vielen lieben Dank für die interessanten Insights in das Thema HR. Das ist ja etwas, wo ich normalerweise nur davor stehe. Wie gesagt, eher die Legal Patches. Oder die Lohnabrechnung erhältst du. Ich freue mich immer über das Geld. Also vielen lieben Dank, Alex. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war interessant für euch. Wir freuen uns immer über Feedback. Gerne melden an harmes.rz10.de oder in den Shownotes gibt es auch die Kontaktdaten. Da gibt es auch alle weiteren Infos und Links zu diesem Thema. Ja, und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst. Macht's gut.